Chat-GPT kann nun auch mit Bildern und Fotos arbeiten und was das genau für meine Arbeit im Bildungsbereich bedeutet, zeige ich in diesem Video. Es wird definitiv sehr spannend. Bis gleich nach dem Intro. In der neuen Version ist im Bezahlerkont von Chat-GPT nun möglich, Fotos hochzuladen, Bilder hochzuladen und mit diesen zu arbeiten. Das klingt jetzt erstmal recht trivial, aber da steckt eine Menge an Potenzial hinten dran und das möchte ich jetzt gerne einfach mal kurz zeigen, welche Möglichkeiten ich für mich jetzt hier auch schon entdeckt habe. Zum einen, ich arbeite sehr, sehr gerne mit digitalen Whiteboards, auch in Online-Veranstaltungen, in hybriden Veranstaltungen, aber auch Präsenzveranstaltungen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eben über das Smartphone ein digitales Whiteboard füllen können. Ich hatte hier eins erstellt mit Hoffnungen im Bereich KI in der Bildung, Befürchtungen und Wünsche für heute. Und das Whiteboard ist gut gefüllt und ich möchte da jetzt gerne eine Zusammenfassung und da kommen wir zu dem Punkt, Chat-GPT kann ja jetzt mit Bildern arbeiten. Das heißt, ich mache mir als allererstes einen Screenshot von diesem Bereich vom Whiteboard, der wird jetzt hinter mir im Desktop abgespeichert, gehe in Chat-GPT rein und sehe hier unten jetzt einen Upload-Button neben dem Message-Feld und suche mir jetzt meinen Screenshot raus und schreibe jetzt, fasse bitte das Flipchart zusammen. Ich halte mich jetzt mal ganz allgemein, wir gucken jetzt mal, was Chat-GPT jetzt macht. So, es hält drei Abschnitte, Gedanken zur künstlichen Intelligenz im Bildungsbereich. Das sind jetzt Informationen, die habe ich Chat-GPT noch nicht gegeben. Die erkennt es also definitiv durch die Information des Bildes. Und auch die Cluster, also die Überschriften, meine Hoffnung im Bereich KI in der Bildung, werden komplett sehr gut übernommen. Das bedeutet aber auch für euch, wenn ihr so ein Whiteboard oder Flipchart anlegt, dass die Cluster, also die Bereiche möglichst exakt auch benannt werden. Also ich hätte jetzt hier auch sagen können, Hoffnung, Befürchtung und Wünsche. Ja, aber da ist natürlich weniger Kontext, weniger Datenbasis für die KI da, als wenn ich sage, meine Hoffnung im Bereich KI in der Bildung. Also das heißt, möglichst genau den Kontext einfach erklären und je besser dieser Kontext ist, desto besser kann Chat-GPT damit auch arbeiten. So, jetzt sehen wir, die einzelnen Punkte, die werden jetzt hier schon zusammengefasst. Erstmal kategorisiert und mit Bullet Points, also in einer Auflistung. Jetzt warten wir mal kurz, müsste jetzt fertig werden. Und ich möchte das jetzt vielleicht nicht als Auflistung haben, sondern ich möchte das jetzt als, ja, Fließtext haben. Dann kann ich auch sagen, schreibe bitte als zusammenhängender Text. Und dann wird Chat-GPT auf Datenbasis dieser Aufzählung mir jetzt einen neuen Text erstellen, der eben beschreibt, Hoffnung, Wünsche, Befürchtung, KI in der Bildung, auf Datenbasis diese Auswertung. Das ist schon echt ziemlich cool, weil das spart jetzt enorm Zeit für die Auswertung von solchen Flipcharts, von solchen Informationen. Und das unterstützt mich einfach dabei, die Ergebnisse zusammenzufassen und zu visualisieren. Weil ich kann jetzt ja natürlich jetzt nicht nur das als Fließtext zusammenschreiben lassen, aber zusammenstellen lassen. Ich kann jetzt auch sagen, schreibe bitte einen Blogartikel, auch ganz allgemein gehalten. Und jetzt habe ich schon ein Format vorgegeben, Blogartikel, und jetzt fängt eben Chat-GPT an. Ah, something went wrong, das kann natürlich immer mal wieder passieren. Aber jetzt fängt Chat-GPT an, mir einen Blogartikel zu dem Thema Künstliche Intelligenz in der Bildung zu schreiben, auf Datenbasis dieses Feedbacks, was ich jetzt eingeholt habe. Und ja, da bin ich einfach total begeistert davon, wie viel Zeit mir das auch erspart. Jetzt ist natürlich auch die Frage, funktioniert das nur mit maschinell geschriebenem Text oder auch mit Handschrift? Und hierfür habe ich ein bisschen im Internet gesucht und habe von der Katharina Blum eine schöne Grafik gefunden. Tipps und Tricks geht es um die Gestaltung von Flipcharts oder Sketchnotes. Da ist die Katharina Blum ja wirklich auch sehr, sehr fit da drin. Und das lade ich jetzt auch mal hoch und sage dann, fasse bitte das Flipchart zusammen. Und jetzt werden wir sehen, dass Chat-GPT auch sehr gut mit Handschrift zurechtkommt. Also das heißt, das ist auch eine Möglichkeit für präsentische Formate, wo mit Flipcharts auch gearbeitet wird, mit Metaplan-Karten und wann, also einfach auch über die mobile App auf dem Smartphone abfotografieren und dann direkt auf dem Smartphone mitarbeiten und auswerten zu lassen, finde ich eine super geniale Möglichkeit. Was mir noch eingefallen ist, ich habe mir durch Recherche im Internet mal den Endgegner der bürokratischen Verständlichkeit herausgesucht, nämlich einen Brief von einem Finanzamt. und sage jetzt auch, fasse bitte den Brief in einfacher Sprache zusammen. Und jetzt sehe ich auch, dass Chat-GPT mir wirklich sehr verständlich auch erklärt, worum es in diesem von Bürokratie Deutsch geprägten Prachtstück es geht. Und da werden viele Menschen auch ihre Schwierigkeiten haben. Und ich glaube, gerade mit Menschen mit unterschiedlichen Sprachfähigkeiten, auch in der Sprachförderung, ist das ein enormer Mehrwert, wenn wir unterwegs sind, Formulare haben, die dann vielleicht gerade über das Smartphone einscannen können und sagen mir, was steht denn da eigentlich? Wenn Bürokratie sich nicht verändert, müssen wir ja Wege finden, uns damit zurechtzufinden. Und von daher sind das jetzt erstmal nur drei Möglichkeiten, die ich jetzt für mich auch nochmal entdeckt habe. Und mich würde total interessieren, wo ihr auch das Potenzial dieser Technologie seht, auch auf euer Arbeitsfeld bezogen. Kanntet ihr diese Funktion schon? Ist das komplett neu für uns? Also gebt mir einfach mal ein bisschen Feedback und Rückmeldung. Lasst uns diskutieren. Freue ich mich total drauf. Ich wünsche euch alles Gute, bis dahin und Tschüss.